Hero Productions Das lag für Sie im Briefkasten. Okay, danke. Ist meine Schwester schon da? Ich wollte mit ihr den Film zusammen angucken. Nein, tut mir leid, leider muss ich nicht. Okay, dann guck ich ihn eben mal ein. Wieso steht er denn da jetzt für ein Familienmail? Na egal, ist ja vielleicht auch für das. Okay. Ihr müsst 13 Millionen Euro zum Burkhard am Friedhof bringen, um 19 Uhr. Das Geld muss in einer Tasche sein und haltet nicht die Polizei ab, sonst bringt er mich um. Er meint es echt ernst. Das Geld muss in einer Tasche sein. Was ist denn los? Das ist halt echt die Polizei. Sonst bringt er mich um. Gott. Das ist echt ernst. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen die Polizei rufen. Nein, das können wir nicht machen. Hast du denn nicht gehört? Vielleicht tun sie ja etwas. Aber könnt ihr das denn bezahlen? Warte mal, Papa. Wir müssen jetzt kurz reden, okay? Okay. Lass dich jetzt zusammen machen. Ah. Ja? Wir treffen uns im Geheimversteck. Ich erklär euch dann da, worum es geht. Okay, ich bin fünf Minuten da. Okay. Bis gleich. Ja, hi, Kathi. Emma hat gesagt, wir sollen ins Versteck kommen. Okay, bis gleich. Hey, Vanessa. Ja, Lisa hat mich angerufen. Emma meint, wir sollen sofort ins Versteck kommen. Okay, bis gleich. Hallo? Ja, verstanden. Ich komme. Hallo, Polizeibehörde Sinngefäng Strauß. Hallo, Alex. Ich brauche deine Hilfe. Emma hat angerufen. Wir treffen uns im Geheimversteck. Okay, ich bin gleich da. Tschüss. Okay. Ja, trotzdem danke. Es gibt keine Möglichkeit. Wir haben das Geld nicht. Was machen wir denn dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ruhe! Ihr müsst euch das angucken. Ihr müsst 13 Millionen Euro zum Burkhard am Friedhof bringen. Um 19 Uhr. Das Geld muss in einer Tasche sein. Und haltet... Ihr müsst mir unbedingt helfen, meine Schwester wiederzufinden. Bitte! Verdammt, ein ganz neuer Fall für die Simba 4. Du weißt doch, du kannst dich auf uns verlassen. Los, lass uns nach Hinweisen suchen. Geh noch mal von vorne. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Musik Wie lange haben wir jetzt daran gearbeitet? Zehn Minuten. Und auch immer keine Spur. Lass uns das Video nochmal anschauen. Ich habe da was bemerkt. Na gut, das war das letzte Mal. Ich meine, das ist echt ernst. Stopp! Spun nochmal zurück. Stopp! Zoomen. Schärfen. Zoomen. Näher. Wow, schaut euch das an. Eine Uhr. Hey, das ist doch eine Michael Kors Uhr. Hundertprozentig. Kennt ihr jemanden, der so eine Uhr hat? Unser Butler hat so eine Uhr. Genau dieselbe. Feigelöst. Wow, hervorragende Arbeit, Leute. Mhm. Ja, hi Alex, hier ist Lisa. Ähm, ja, wir haben ihn gefunden. Ich schicke dir kurz in den Standort. Okay, tschüss. Okay, wir gehen los. Ja! Sollte Bald bist du frei und nicht reich. Ich würde dir ja gerne mehr anbieten, aber deine Eltern haben mich ja nie bezahlt. Ich muss los. Ich muss los. Was macht ihr? Bitte halt, bitte, bitte. Jetzt haben wir dich zu Schuppen. Jetzt kommst du hin, der schwäle Schäck-Gardinen. Zymba Fiat! Zymba Fiat! Zymba Fiat!